Mein Name ist Jürg Gerber, ich bin Geschäftsführer und Hauptaktionär der Lamprecht Pflanzen AG. Vor dem Coaching war für mich nicht so ganz klar, ob ich wirklich die richtige Person für diese Funktion bin. Ich wollte mich nicht in irgendetwas hineinstürzen, das ich dann bereue. Und auch so ein wenig Willis überhaupt. Muss ich mir jetzt das wirklich anziehen? Das waren die Gedanken, die man sich dann je nachdem macht. Für mich war für mich schon nach Spar-Coaching-Sitzungen klar, die Aufgabe Willi. Das war ein Fragezeichen, das will ich. Und bis ich dann übernommen habe von meinem Vorgänger, hatte ich eine gewisse Sicherheit. Die Themen, die wir angeschaut haben, waren vor allem sehr viele Praxisbeispiele, die ich aus meinem Alltag, ich hatte ja dort eine Personalführung und das war ein Thema, wo wir dort die Beispiele angeschaut haben, wie gehst du jetzt vor, was hast du dir überlegt. Viele Praxisbeispiele und das war super, um eine Sicherheit zu gewinnen. Mit dem Murs zusammen zu arbeiten hat es sich sehr gut angefühlt. Es war auf Augenhöhe. Es war nicht so vom Coach von oben runter. Das war mir auch wichtig. Er hat mich dort abgeholt, wo ich standen war. Und hat mir häufig mit guten Fragen weitergeholfen. Überlegt ihr mal da, überlegt ihr mal selbst. Und so habe ich die Lösung selber entwickelt. Aber er hat mir dazu geholfen, um eine Lösung zu finden. In einer Situation, wie ich es war, kann ich jedem empfehlen, mit dem Murs zusammenzuarbeiten. Das hat wirklich extrem viel gebracht. Ich habe Sicherheit gewonnen. Ich habe gewusst, was ich will. Und all denen, die in solchen Situationen stecken, würde ich empfehlen, mit dem Murs zusammenzuarbeiten. Ich habe sichergestellt, wie ich es war, mit dem Murs zusammenzuarbeiten, mit dem Murs zusammenzuarbeiten, mit dem Murs zusammenzuarbeiten. Und jetzt Labour.